Mama, eine kleine Eisschorle. Bleib hier, mein Kind. Treib-Eisschorlen sind gefährlich. Mami, Mami, ich treib ab. Mami. Mama, wo bleibst du? Ich hab Angst. Kind, was machst du? Er treibt zu schnell ab. Mami, hol mich zurück. Hallo, Orca. Hast du meine Mama gesehen? Nein, kleine Eisbär. Ich heiß Kuno und du? Sag einfach Orca. Das sagen alle zu mir. Sag meiner Mama, wenn du sie triffst. Ich vermisse sie sehr. Mach ich. Ich bin so alleine. Wo ist denn nur meine Mama? Hallo, Schneehase. Hast du meine Mama gesehen? Nein, bin gerade auf dem Weg zum Festland. Ist da auch meine Mama? Weiß nicht. Muss weiter, kleiner Eisbär. Hey, Moschus-Ochse. Hast du denn meine Mama gesehen? Wer bist du denn, kleiner? Ich bin Kuno, der kleine Eisbär. Ich bin auf eine Eisscholle geklettert, die dann von meiner Mama weggetrieben ist. Und jetzt kann ich sie nicht mehr finden. Ich habe schon den Orca und den Schneehasen nach ihr gefragt. Keiner weiß, wo sie ist. Ich glaube, sie ist gerade über die Insel gelaufen und sucht dich schon. Wirklich? Wo denn? Da. Ganz in der Nähe. Am Strand. Danke, Moschus-Ochse. Einen schönen Tag noch. Ja, den werde ich wohl haben. Mama, hier bin ich. Na endlich, mein Kind. Wo hast du gesteckt? Ich war schon um Sorge um dich. Ich bin auf einer Eisscholle abgetrieben und habe viele Freunde getroffen. So habe ich den Orca und den Schneehasen kennengelernt. Und den Moschus-Ochsen. Na da, ist ja alles in Ordnung, mein Kind. Das ist ja alles in Ordnung, mein Kind. Bei den жизern. Alsoは ich zu komm Carla-Me prossige, wie ich in scrape. Dad weiß, du musst du gesteckt? Da, ist ja alles in Ordnung. Da, ist ja alles in Ordnung. Ich bin auf meiner Seite und bin ich sicher. Ich bin also fast in Ordnung. Da, ist ja alles in Ordnung. Da, ist ja alles in Ordnung. Das finde ich mitивikalия. Da, ist ja alles in Ordnung. Ta, ist ja alles in Ordnung. Untertitelung des ZDF, 2020